hallo und willkommen zu einem neuen video ich möchte jetzt heute mal so ein kürzes first impression machen und den boya m1 lautsprecher ich glaube ich habe ein mikrofon von dem lavalier mikrofon da würde ich sagen mir schnackt gleich lang wir können mal runter auf den tisch und mir packt das ding überhaupt mal aus auf den tisch ankommen dann machen wir das mal auf eine gruppe uns mal das hat generell überhaupt dann hier jetzt eigentlich kein ein verschluss irgendwie das heißt es sollte eigentlich theoretisch ganz normal aufbauen sollte muss man aber doch ein spitzer gegenstand dazu nehmen da möchte jetzt einfach mal probieren ob ich das jetzt mit sommer trs adapter trs auf trs adapter zum laufe krieg und mal den ganzen packungsinhalt angucken und auf jeden fall oja aufkleber mit dabei dann ist eine die karte wird das seite immer und eine boya bedienungsanleitung die gruppe jetzt mal geschwind an mir da irgendwie grobe fehler findet es könnte fnw gefälschte mikrofone sei habe keine ahnung ihr habt ihr nur im internet sehen dass es davon gefälschte gibt aber wir haben jetzt haben ja ich wirklich so schlau gemacht wie die dann unterschiedlich aussehen soll ich habe es direkt bei amazon bestellt ich gehe davon aus dass es original sind sind aber wie bezweifelt das passt man hier ist alles in seiner tüte ein packt und da muss auch batterie drin sein wenn die batterie lose hier drinnen liegt was er tut dann gehen wir davon aus das ist kein original das wäre zu sich echt gerade ja so ist drum ob original oder nicht möchte mir letztendlich erstmal von der qualität überzeugen lassen ob das ganze so funktioniert wie ich möchte und natürlich auch den lieb umfang angucken also die batterie ist zwar eine separate folie mit drin aber ob original oder nicht original da jetzt mal dahingestellt wird dann ist noch ein pop schutz dabei hilft natürlich auch ein bisschen gegen wind aber ich hauptsächlich wenn es nahe mund ist dass man die pop geräusche mit aufnimmt adapter dabei für keine ahnung wo braucht man die große steckung noch müsste als kein einsatzzweck und diese klemme diese klemme ist die hier nicht von trauen das heißt wir brauchen jetzt diese klemme was man das erstmal hier festmachen können die brauchen auf jeden fall wenn ich das mikrofon irgendwo hin klipsen kann dann macht es keinen sinn man kann ich das halt wirklich testen weil ich werde mir kein anstiegs mikrofon kaufen dass ich das zum schluss mit der handhebe so mikrofone ist erstmal mikrofone die ich selber gucken wo man das ein klickt man kann es theoretisch auch von der anderen seite machen aber ich habe am liebsten das mikrofon dann praktisch so ins hemd rein dass mir das auch die linke seite rüber keine ahnung warum und jetzt aber für alle mikrofone eigentlich so dann mache ich mal auf der seite denn denn den dinger weg das jetzt schon mal zumindest der kabellänge von war was ist das meter 50 hier haben wir dann das zwischenstück und rein vom zwischenstück her wurde eigentlich fast sagen es sieht es sieht eigentlich original aus aber wie gesagt das kann natürlich auch täuschen so hier sollte jetzt noch keine batterie drin sein die wird wenn ich hier irgendwo rein klickt hier ist doch keine drin und eigentlich sollte da irgendein bändel drinnen sein wo man das dann nachher auch wieder leichter rausziehen kann auf der bändel ich ziehe hier kein bändel hm die städte zeigt doch hier ist nach oben wie das war unter also aber wir probieren das ist erstmal ohne akku möchte jetzt wissen ob ich das an der kamera hier aktiviert klick weiß ich stecke das jetzt mal schnell ein und dann sei am audio pegel vom computer ob das noch aufnimmt aber ich halte jetzt mal schnell um auf mein anderes mikrofon andere mikrofon dass ihr da jetzt nicht belästigt wird wenn ich das aussteigt weil das macht natürlich auch geräusche jetzt dieses teil bei mir im computer ein und wenn ihr rät das hat gerade so ausgesehen das war meine könnte ich hätte einen ausschlagpegel habe ich aber nicht heißt ich nehme jetzt diesen adapter und stecke den dazwischen dann schalte das mikrofon noch mal aus wie ihr rätet hört so wir haben das hier ein und das stecke in meinen verlängerungskabel zur kamera ein hallo 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 so jetzt kann man den ersten test jetzt habe ich tatsächlich das mikrofon hier am laufer das liegt da oben ist die kippst mal ein halbchen so ist jetzt am hals aber der auslagstegel ist relativ laut das heißt wir mussten hier noch ein bisschen laser dreher also das ist jetzt der erste test mit dem boya m1 mikrofon ohne batterie an der kamera mit einem trs auf trs adapter und das ganze möchte jetzt natürlich ausprobieren ohne adapter so jetzt habe ich wieder mein blue jeti mikrofon wenn ich das hier ruhe ausstecken ich schicke jetzt hier meinen trs adapter wieder aus mache das teil hier auf und baue hier die batterie ein und dann kann ich nachher letztendlich selber hören ob sich das mit der batterie dann besser anhört oder ob sich das besser anhört ohne batterie so in der abbildung nach hier ist plus ober das müsste die unterseite seite das hier ist minus sein weil das hier ist plus ok das ist so rum rein und hier haben wir gemeint beim boya ist ein bändel dran dass wir das machen wieder rausziehen können ja da geht es doch vielleicht mal bewusst falsch rum nein ok geht ein bisschen schwer rein dann können wir diese kappe wieder zuschrauben und dann stecke ich mal das mikrofon ein das ist noch stumm hallo hallo ausschlagpegel habe jetzt noch keiner ich schalte jetzt mal das mikrofon schon mal dazu irgendwas irgendwas ist aber gerade nachgegangen und jetzt theoretisch wenn jetzt hier den schalter auf kamera also muss das dann hoch stelle auf kamera dann müsste ich das mikrofon dazu schalten ich bin jetzt immer so schalten Das haben wir hier auf Kameratschalte, jetzt können wir über die Kamera ein Ton in Spacer, wenn ihr jetzt hier runterfahren und off beziehungsweise aufbauen. Ich kann jetzt schon nicht sehen, dass es früher nicht wird. Also wir kennen das mit diesem Adapter-Sorrender, oder mit der Partie, wenn ihr es mit der Partie macht, dann können wir jetzt hier halt über den Computer. Wenn ihr auf Kameragang, dann funktioniert das über DOS-Influss. Wenn ihr auf Ostgang, dann funktioniert das über DOS, dann ist das Handy. Das Handy ist hier aber hier auf Adapter-Influss. Was mir wahrscheinlich interessiert, was ihr nachher in der Aufnahme hört, ob das Mikrofon allgemein vom Klang her gut ist, und ob das Mikrofon vom Klang her jetzt zum Beispiel mit diesem Adapter besser ist, oder ob das Mikrofon in Verbindung mit der Partie besser ist. Wie gucken wir das jetzt im Video an? So, also wir haben das jetzt gerade am PC, ich bin ja gerade am ömsten im Schnitt, und das Boja-Mikrofon am PC war das richtig, richtig besissen. Das heißt, ich probiere das jetzt hier am Auto, am iPhone auch noch. Also ich habe jetzt hier den Adapter drauf, dass ich es am iPhone einstecken kann. Das Modul hier, das steht auf OFF, also OFF und Smartphone, dass das funktionieren sollte, und ich glaube, das schaltet automatisch um, wenn ich das Mikrofon einstecke. Ich hoffe es jetzt zumindest mal. Probieren wir jetzt aus. Also das Mikrofon habe ich schon mal am Krage dran, und dann stecken wir das mal ein. Und ich habe die Befachtung, der ist jetzt wahrscheinlich wieder grauenhaft. Eins, zwei Test, eins, zwei Test, eins, zwei Test, dass ich jetzt mal Hergang und das Mikrofon hier ausstecke, und dann mein rote SmartLev Plus auch mal geschwind an den Krage dran mache. Also hier haben jetzt zwei Teile am Krage, und die wechseln jetzt mal das Mikrofon. Vorsicht, das hört sich gleich komisch an. Das ist jetzt mein rote SmartLev Plus, und ich muss mich jetzt leider wieder im Schnitt davon überzeugen, was sich besser anhört. Aber das Boja am PC, oder direkt an der Kamera, das ist eine Katastrophe. Also ich vermute fast, dass ich da mir einen Klon eingekauft habe. Gehen wir weiter im Schnitt, dann melde ich mich noch mal kurz. So, jetzt habe ich das Boja-Mikrofon hier, aber ziemlich weit weg vom Mund. An meiner Alpha 7c. Ich habe das jetzt einfach weiter weg gemacht vom Mund, dass der Ausschlagpegel nicht bis ins Maximum geht. Am Handy hat es sich jetzt eigentlich einigermaßen gut angehört, aber meine Vermutung ist tatsächlich, dass sie einen Klon erwischt haben. Weil eigentlich habe ich Videos gesehen, wo alle echt wirklich begeistert waren von dem Boja-Mikrofon. Ich habe jetzt noch den Windpuschel neu drauf gemacht. Den kann ich ja mal drauf machen, mal gucken, ob der ein bisschen was von der Lautstärke weg nimmt. Das hört sich jetzt wahrscheinlich gleich ein bisschen komisch an. So, den Windpuschel haben wir jetzt drauf. So sieht das dann aus. Und jetzt klemme ich mir das Mikrofon mal an den Kragen hin, da wo es eigentlich auch hingehört. Und jetzt noch mal Alpha 7c, da sieht das vom Tonpegel eigentlich irgendwie fast normal aus. Das ist jetzt echt, echt merkwürdig. Aber gut, vom Tonpegel hat das Fahrrad jetzt auch nicht ganz so schlimm ausgesehen. Aber was ich jetzt mache, ich nehme jetzt mein Sony-Mikrofon, wo ich weiß, dass es gut ist. Das klemme ich jetzt mal da her, weil das ist auch direkt für die Kamera und stecke das jetzt einfach mal um. Das kann jetzt gleich nebengeräuschen geben. So, aber bei dem weiß ich jetzt, dass der Ton sauber ist, dass man mich jetzt sehr gut versteht. Dass ich jetzt letztendlich auch die Abmoderation von dem Video machen kann. Mal, ich muss mir jetzt diesen Test jetzt auch nochmal anhören. Aber meine Vermutung ist echt, dass ich da wahrscheinlich einen Kloner erwischt habe. Ich weiß es nicht. Ich hoffe jetzt mal nicht. ISO 6400. Da habe ich vielleicht mal den ND-Filter. Oh, ISO 10.000, 6.000, 4.000, 3.200. Gerade wieder hoch. Ja, ND-Filter jetzt bei mir im Bohrer wäre wahrscheinlich eher auch kontraproduktiv. Da müsste ich, ja, ich kann echt das ja mal zeigen, was ich auf meiner Kamera vorne drauf habe. So, jetzt habe ich ja immer noch ISO 2500. Aber ich habe da so im Prinzip eine Sonnebrille drauf. Da sieht man, das ist ein dunkles Glas. Und das dunkle Glas, das kann ich durch Dreher dunkler und heller machen. So, jetzt sieht man, jetzt wird das Glas ganz dunkel. Und wenn es jetzt draußen richtig hell ist, dann hilft mir das, dass ich da vernünftige Aufnahmen noch hinbringe. Jetzt hier gerade ISO natürlich bis auf 12.000 hoch. In Räume nicht unbedingt so geeignet, aber draußen im Freier sehr gut geeignet. Das funktioniert erst alles mal. Und das mit dem Boja-Mikrofon. Ich höre mir das jetzt noch an, aber die Vermutung von mir ist jetzt schon mal, dass ich da wahrscheinlich einen Klon erwischt habe, direkt von Amazon. Da werde ich jetzt wahrscheinlich auch Amazon anschreiben und sagen, dass das Mikrofon vermutlich ein Klon ist. Ich kann das mit dem Stretch-Code nachher noch ausprobieren. Und wenn ihr das sehen möchtet, wie ich das ausprobiere, dann schreibt es mal in die Kommentare. Weil das mache ich definitiv noch, bevor ich das wieder alles, oder bevor ich dann letztendlich auch Amazon kontaktiere. Ansonsten, erstes Fazit zu diesem Boja-Mikrofon. Der größte Schrott, was jetzt je im Haus getan hat. Noch viel schlimmer als wie meine anderen Mikrofone, die billige, was sie jetzt so ausprobiert haben. Ich wollte es auch, wir seht uns im nächsten Video. Tschüss!